Jetzt bin ich beim vierten Bild mit den Sonnenblumen. Ich ließ mich darum gehen und werde in einer einzigen Woche den 100-Front-Schein ausgegeben haben. Aber am Ende dieser Woche habe ich dann auch meine vier Bilder. Und selbst wenn ich noch die Kosten der Farben zuzählte, wäre die Woche nicht verloren. Nicht verloren.